Was ist denn die schnellste Medizin? Ähm, die Medizin. Die Zeitung auf. Erstmal schauen, jetzt hätte man leise kasten. Ah, und können zurückgehen. Okay, dann probieren wir jetzt alle mal aus. Auf die Klappe. Auf die Klappe. Auf die Klappe. Und was war die langsamste Möglichkeit? Nimm es. Das meint man ja, mein Klappe. Mal an die Klappe. Anschließend, ja. Dann fahre wir doch mal, ob man da wirklich ganz langsam runter rankommt. Ah! 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 Ah!